In Memoriam, Andrew Jury, ein liebenswürdiger Mensch mit gequältem Geist. Am 27. Juni 2024 ereilte die Welt der Reality-TV-Shows und Neuseelands eine traurige Nachricht. Andrew Jury, der 2021 in der Show Hochzeit auf den ersten Blick New Zealand teilgenommen hatte, ist im Alter von nur 33 Jahren verstorben. Jury's Tod kam für viele unerwartet und hinterlässt eine tiefe Trauer und viele Fragen. Während die genaue Todesursache noch nicht geklärt ist, deuten Berichte auf mentale Probleme hin, mit denen er zu kämpfen hatte. In der Show Hochzeit auf den ersten Blick New Zealand hatte sich Jury mit Cheryl Muckin vermählt. Die beiden lernten sich erst am Tag ihrer Hochzeit kennen und entschieden sich nach dem Experiment, getrennte Wege zu gehen. Jury hinterlässt eine Familie und Freunde, die ihn tief vermissen werden. Sein Vater beschrieb ihn als einen lebenswürdigen Kerl, der immer für andere da war. Ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick Kandidaten erinnerten sich an Jury's freundliche und positive Art und sprachen ihr Beileid aus. Warner Bros. Discovery, der Produzent der Show, drückte sein tiefstes Mitgefühl aus und betonte sein Engagement für das psychische Wohlbefinden der Teilnehmer. Andrew Jury's Tod ist eine tragische Erinnerung daran, wie zerbrechlich das Leben sein kann und wie wichtig es ist, auf die mentale Gesundheit zu achten. Seine Geschichte sollte uns alle dazu anregen, offener über psychische Probleme zu sprechen und uns gegenseitig zu unterstützen. Deine Christmusik Deine Christmusik Stattung